Guck mal, was passiert jetzt? Ist schon im Stream und streamen oder was? Ja. Aha. Kannst ja mal auf mich switchen, damit ich die 3 habe. Wenn ich dich sehe, das Stream, ich sehe aber gar nichts. Ja, kommt ja jetzt noch. Äh. 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 Oh, ich kann ja das ja annehmen, was ist das denn auf einmal? Ja. Das konnte ich vorher bis nie. Ja. Ich brauche noch einen Knockdown. Ja. Äh. Oh Gott sei denn, ihr seid jetzt beim Spinnen hier? Hm. Ich hab schon gefragt. Ich hab schon getrückt. Ja, ich hab schon getrückt. Ja. Die Schulter tut mir so dermaßen weh, ey. Denk mal die Tastatur, werde ich wieder tauschen. Meinst du, was geht oder was? Wie hat er gesagt, hallo? Innerhalb von einem Monat habe ich quasi die Tasten abgelutscht. Ja gut, das stimmt schon. So krass, kann ja nicht sein. Eigentlich nicht, ne. Die S und die D. Keine Ahnung. Oh, ich kann schon wieder schlafen, er ist echt schlimmer. MacGyver. Was, MacGyver? Ja, hieß einer. Oh, wie war das denn? Haben wir meine Moves gefallen? Mein Haken ist sehr nützlich. Haben wir meine Moves gefallen? Mein Haken ist sehr nützlich. Genau. Zeit für ein Gemessel. Guck mal da mal. Was? Achso? Am Schiff? Ja, guck mal, wie jemand folgt. Im Moment nicht, ne. Nicht schon? Da kommen sie nämlich angeboten. Jetzt wird's interessant. Und keine Waffe. Aha. Und der mit Waffe. Ah, ich lieg schon. Das gibt's doch nicht. Ich hatte keine Waffe. Oh, Mann. Habts ja zweimal getroffen, aber der Rest war nix. Ich traf den nicht, das ist echt ein Witz gewesen jetzt. Guck mal, 16 Schaden gemacht. Und 30, guck mal. Mit ner Waffe. So wie. Jep. Sache, also. Aja. Einmal weiter. Uah, quack, 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 quack. Aja. 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 2011 Wappaloma ohe. Ach. Wenn die Götter es wollen, gehört der Sieg uns. No. Das получится cam en 2 minuten, oder was? Ach. Ach. Ah, du bist ja schon wieder. Schon wieder das Schiff? Ich guck mal ob wir drauf kommen, nehm ich nicht da raus. Hä? Aber zu langsam für. Oh, wie viel da? Wäre ganz knapp gewesen. Ja. Immer lieber hier hin. Glaube ich die Sünder. Weck, da ist nur eins. Ne, ist klar. Oh, ich habe eine Wingman diesmal. Ja, ich habe auch eine Wingman. Ich hätte fast gedacht, dann wäre ich schon wieder eine Dinges gewesen in Mosambik. Äh, wo ist der? Ja. So. Hier ist Tütchen drin. Ja. 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 Hast du genug Munition? 60 schuss habe ich wenn du eine r99 findest du oder sowas sache bescheid r99 ich brauch dich für aufgabe brauchst du nun hab ich denn überhaupt schwerer munition komm mal in auch die tür ist auf da da sind welche da ist alles gewesen machen wir hier dann noch zu ne ist auch schon auf hier unten ist noch zu wo ich jetzt bin ich finde keine waffe das gibt es nicht hast du keine waffe doch immer noch die wingman ich wollte gerade sagen nur eine waffe kann doch nicht sein oh das hier ist schon komplett gelootet das muss mal hier rüber gehen ich bin unterwegs ja ja eine halbe minute der ring ist nah ja genau der ring ist nah ich bin das ist eine kristin verschlossen da ist ein kristin 10 sekunden der ring ist in der nähe Ein Champion ist gefallen Was haben wir denn hier? Gut, dann nehmen wir jetzt die Friedenschifter mit Alter Was ist alles? Denk mal Oh, da kommen Leute Will ich denn hier oder was? Nene, weg, aber wir müssen wo andere Richtung gehen Ach so Vor die uns Abmurxeln direkt Ich hab keinen Bock drauf Wo gehst du hin? Hinterher Der andere von dem Squad ist da Ich soll jetzt aufpassen Mal hier Richtung Ah Ah Sind auch schon welche gewesen sind Fußstapfen Ah, super Er läuft weg Ja Wir müssen zurück Ja, wir haben ja noch Zeit Ja, und nachher ist wieder alles im Eimer Ach, hier ist meine Ich sterbe eh Meine Eva gefunden Super Wir sterben eh in Rekordzeit wieder mal Das ist mir egal Ich hab sicher meine Eva Ah, super Ich mach wenig Schaden mit Oh, wow Rotflintenverschluss Hier, schwerer Mond Rotflintenverschluss Brauche ich das Ding? Keine Ahnung Ah Ah, ich sehe Was ist denn Klappt, einer? Das kann ja nur nebenan sein Nee, ich glaub ein anderer. Okay. Stimmt, von dem anderen würde ich hören. Wir sind Schlotpatron. Aber ich weiß ja nicht. Ja, ja. Die scheiß Ausrüstung, na das wird ja richtig super. Normalerweise halten wir dann länger durch mit der scheiß Ausrüstung. Wenn wir mal ein besserer haben. Gehen wir da runter? Gehen wir mal da lang gehen. Ja. Da oben ist im Turm keiner gesehen. Also da hilft ja schon mehr Glück. Hier ist noch schwere Mohn drin. Da liegt auch noch schwere Mohn. Oh, ich hab ein Helmchen gefunden. So. No. auch schon mal so ein bisschen zurück hier ist ein erweitertes schweres magazin stufe 1 hier liegt noch eine eva da habe ich noch keine Sachen für, ich glaube es ist die herrhock und die R-99 komm, die Zone kommt ja, ich bin unterwegs obwohl, ich glaube die lag stehen gerade ja, die steht gerade gehen wir schon mal da rein oh oh, wollen wir schießen oh, scheiße, okay oh scheiße, hier komme ich nicht rum ich habe mehr wie zwei Mann ja ja einer von unten und einer von oben na gut oh, 74 Schaden mir fasst einer ab keinen, haha ähh oh, 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 oh Oh, 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 oh No ich brauch noch einen Noctown und dann habe ich alle Tage so auch gehabt, verhärschig Boah No Ich darf vorstellen, euer Champion Vodka, okay Hmm Hmm, 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 hmm Wo gehen wir denn hin? Ja, okay Wunderbar, wenn du da hin willst Mit Vorzeit sterben Was? Mit Vorzeit sterben Das ist der blaue Strahl, der blaue Strahl heißt mega gute Sachen Und da will dann jeder hin Aber du wirst da hin, dann gehen wir da hin Eigentlich war das nicht so gedacht, aber egal Ja Jetzt ist es spät Ja Mal gucken, was wir kriegen Wenn überhaupt Ich hab ne Waffe, immerhin schon mal etwas Ich hab noch gar nichts Ich habe jemandem den ersten Treffer verpasst Ich habe jemandem den ersten Treffer verpasst Oh Geht mir fast einer ab Ach, 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 ach Ja Bei dir? Ja Halt die Klasse Halt die Klasse Stopf den Endgültiger Oh, scheiße Das ist ein Witz, echt Ja 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 Ich hatte keine Rüstung Nichts Die hab ich auch nicht Ich hab ein goldenes Helmchen Ja, super Dann lass mal gehen, du goldenes Helmchen Hier, die ist bei mir hier, ja 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 Jetzt Oh Das ist los nicht Ich krieg hier unten auf der Empora Die geht grad looten bei mir Die ist unten auf dem Ding Ja, da Gab's ja Ich hab keine Moon mehr Ja, dann geh hoch jetzt hier Die Mauer hoch Links hoch Ach, die lebt ja immer noch Ja Ein Finisher ist niemals Ich glaube ein anderes Sportmitglied noch nicht Ja, ich hab sowieso keine Moon mehr Was soll ich das machen? Ich bring mich zum Sender Ja, falls du auch runter kommst dann In die Hocke gehen, C Ja, oder so So So, dann geh in Deckung Ja Ich guck Ja, das war's Hat mich schon verfolgt Ja, gut Warte Wir sind da hergelaufen Oh Gott Scheiße Och Nee Ernsthaft Ja, die war genau in der Nähe Ach, das gibt's doch nicht Kein Bock so Die Momente sind echt schlimm Ja, 203 Scheiben Genau Mäh Mäh Das hat mich schon nervt Mäh, genau Oh, ich hatte meinen Schaden fertig Ich muss gleich noch mal genau gucken Hm, wow Ja klar, der Kleine hat doch gespielt Ach ja, stimmt, genau Du glaubst, dass ich Schaden verwertet hätte Ja eben, weil der Stand ist, glaub ich, zweieinhalbtausend oder so Na ja, der Kleine hat ja eine Runde schon gemacht mit über 800 Schaden. Ach ja, stimmt. So, gespannt wann der Älteste kommt. Ja, ich wache jetzt die Runde noch und dann rufe ich die noch mal an, mal gucken. Ja, weil äh... Wir sind wieder eine halbe Stunde. Ja, eben. 396 Kills. Spätestens 11 liege ich im Bett. Zeit für ein Gemetzel. Ach du Scheiße, was machst du denn jetzt? Verdammt schnelle Runde. 2, 3 Squads nach unten. Hm, warum war der Flieger weiter? Alles gut. Oh, ich hab ne Moser. Hm, geht mir. Oh, geht mir grad was steil. Boah, ich hab mein Helmchen hab ich. Ich hab schon alles. Hä? Ich hab schon alles. Wow. Oh, Scheiße, wir sind gescannt worden. Scannen bitte auch mal. Zwei Gegner. Pass auf. Granate. Ich hab keine. Komm, die Treppe hoch. Hinter uns. Ach du Scheiße. Hinter uns auch noch, oder was? Ja, ich mein, wir kämen grad von hinten gewesen. Kennen. Kann ich. Muss noch warten, 6 Sekunden. Ja, lass mich liegen. Die kommen jetzt rein. Die kommen jetzt. Ja, wenn du sitzen, vielleicht, das klingt nichts. Du musst dich bewegen. Ja, ich sitze da so über so ne Ecke. Wo soll ich denn hin? Ja, laufen. Ja, laufen. Wohin denn? Nee, du musst in Bewegung bleiben. Wenn du nicht in Bewegung bleibst, bist du tot. Ja, ich hatte aber auch nur 40 Schuss, also von daher. Ja. In diesem Spiel darfst du nicht stillstehen oder sitzen. Ja, dann hab ich aber auch keinen Bock, weil quasi das ist ja useless. Ja, das dauert ja nicht lang. Ich bin grad wieder am Essen. Ja, ich bin grad wieder am Essen. Ja, ich bin grad wieder am Essen. Wenn wirklich nicht Allez der Und ich will, wer da auf Snow Estados alignment. Und ich weiß, dass alle stehen bleiben oder quotienten. Oder ...Okay. Das ist absolut useless in dem Spiel hier. Ja, das ist ok. dann brauchst du ja gar nicht spielen das ist ja dahin jetzt fliegst du weiter oder was ich flieg hier hin da unten muss ich gelandet bin ich gar nix das ist schlecht Scheppern tut da auch irgendwas ich muss schnell genug eine waffe in die flossen krieg oh wow oh wow hier ist dein körperschild das wird ja lustig ich hab ein scharfschützengewehr und ich viel besser ich hab auch nur kernsalami scheiße oh mein gott wir sind verdammt weit auseinander nö ich sehe dich schon oh gott hier ist ja alles kernsalami ist gar nix oh man oh man oh oh ich hab feine gefunden ja toll, ernsthaft, dann schieß nicht und lauf weg gekrackt ja super du machst das schon, das sieht halt schon sieht nicht so aus, ok könntest du bitte schaben, oder was? ne, eigentlich nicht ich hab noch keine Klamotten am Arsch und du bist schon da am massakrieren, ey, super ja, entschuldigung boah ey wieso hab ich denn die komischen Fesseln auf, naja das ist ein Netzwerk von Revenant ok wo gehst du denn? hinter dir super, ich hab eine scheiße wegen meiner scheiß P20, ich glaub ich muss kotzen ja wo ist denn der Typ gewesen? äh, runter, wenn du runter gehst, links unten in der Schlucht irgendwo ah, super hast du den einen getötet? ne, ich denk mal, der hat den wieder aufgehoben, den hab ich gekrackt, der lag da ah, super da hinten läuft er ja ich hab den zweiten wieder hoch wo hast du, scharf, bist du im Gewehr? ja guten Tag oh, guten Tag was geht ab hier? äh, wir sterben mal wieder ich musste doch mal nicht wieder in den Rechner lassen nein, genau da wo? schaust du noch was? bitte? komm schon, schieße, der ist die PS Kosti nöber, töte es ja, mach es, tu es ja, ich liege auch da ich hab, ich hab noch den 74er Hit, hab ich noch gegeben ich bin unterwegs, bin unterwegs, keine Sorge 137 nein, ich krieg heute Kosti nöblich, ey, das wird echt nicht mein Tag warte rein ich muss mal grad Oliver drunter stellen, denn das ist ja viel zu laut hier das ist doof ja, der Dominic, wenn du wüsstest, wie der geschrien hat, Papa, ne? ey, ich hab den wirklich, ich hab den wirklich zweimal anmotzen müssen, damit der leise ist dann glaube ich, Papa streamt ja, der war, der war böse ja, darf man das Spiel erstmal starten bei mir? nein warum nicht? ja warum jetzt hör ich dich besser, du brüllst mich chemisch an hier ja, das war nicht ich, ich hab das nicht hochgestellt ja, ist logisch, wenn der die Musik im Hintergrund laufen hat, dann versteht der dich ja kaum das ist richtig bist du schon drin, Olli, oder was? ne, ne, das Spiel startet gerade also keine Verbindung, keine Verbindung zu den EA-Servern ja, das hab ich grad im Auge gehabt ok so, jetzt hat's geklappt und bist jetzt frisch gestärkt und gut, eine geraucht, ne? ne, hab ich schon nicht hab ich auch, oder ist das eine gute Idee? na, was mach ich denn hier? ich, äh, lad mich, meine Leute alle ein ne, ich lad dich ein, geh weg na, super da bin ich jetzt drin, ne? wer spielt denn jetzt mit dem Reverend? oh, welchen bevorzugst du denn? ich bevorzuge im Moment den Reverend ach, warum das denn? weil, ich hab den mir heute gekauft von meinen Dings-Token ja und ich hab mir den, ich hab mir den YouTube-Guide angeguckt, wie man den richtig benutzt aha, aha aha, okay aha, aha ja, dann weil man kann voll viel beachten wusstest du, dass der, wenn der in der Hocke geht, genauso schnell ist, wie im Stehen geht? ja äh, oder dass der voll, voll, ähm, voll hoch klettern kann? ja aber auch, dass der schneller klettern konnte, wusste ich alles gar nicht ah, okay ich kümmer, ich kümmer und je nachdem, wie lang man die, ähm, Q-Taste gedrückt hält ähm, wartet, dauert das auch länger, bis das, äh, explodiert, dieses Ding aha was für'n Ding? ja, diese Kugel, die der schießen kann ach so, ach so manchmal schießt, wenn du die direkt abschießt, dann geht die direkt auf den Kontakt ach so, kannst du den Herrn Steve mal bitte sagen, oder den Herrn Ex-Thorite, ähm, dass man nicht in dem Spiel stehen oder hocken bleiben soll, wenn man schießt, oder beschossen wird? laufen, hüpfen ja, alles klar aber nicht mit, aber nicht mit, aber nicht, aber nicht mit 40 Schuss doch, selbst dann aha, okay aber, ähm, 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 wer anders hat heute auch, der hat's geschafft, der hüpft immer und geht immer so leicht in die Hocke aha, okay so gleichzeitig und schießt dann dabei ja der ist ja auch Multiglass weg dieses hin und her hüpfen kann er richtig gut ja, ja jetzt mag ich aber erst mal eine rauchen schon wieder ja, schon wieder, genau ja, packt euch schon mal eine eigene Naht ich hab nur zwei Zigaretten zu Hause relativ dann geschehen ich habe keine lust mehr zur tankstelle zu laufen dann musst du dir die zwei zählern einteilen und bis morgen früh warten wie soll ich das so bis morgen verschaffen weiß ich schon nicht wir haben 9 uhr aber mehr schon halb zehn ja ich weiß ja dann muss ja in einer stunde schlafen gehen wenn ihr auch da sein und immer rauchen geht ja ich dürfte auch keine raucher pausen machen mache ich ja sowieso nicht mache ich ja sowieso nicht ja du auch so schlimm ist es auch wieder nicht ich gehe hier mein eigenes zu hause hier sind ja jede menge schon was leute ach so die dürfen aber noch nicht schießen ich habe noch nichts ja ja kann mit dem lauf kann ich werfen nix gar nichts auch hier ist ein blauer rucksack wo nämlich warum kann ich denn die dinge nicht nehmen den rucksack ja weil ich schon einen hatte so blöde elektron ja super ein champion ist gefallen seine zeifte abgelaufen no oh man ja alles klar ja ja soweit ja hab ein dies klar ich habe gerade mal eine r45 ich habe keine große hilfe von die hava habe ich die blöde ja ich nehme eher die hava bieler gp ihr schießt bei mir zwei stück so einmal rechts einmal links crack crack back nächster squad nächster squad bei mir oh gott ich habe keine munition jetzt mehr ich auch nicht ich bin gleich tot hier was ist das scheiß problem ja jetzt bin ich tot ich habe keine munition mehr ja wo hat denn der direkt vor der tür ist der ach ich habe mone gefunden drei gegner ich habe keine munition was brauchst du für welche leichte leichte ok wo bist du ich habe noch was gefunden wo bist du denn da kannst du schon mal nochmal neu scannen ne 10 sekunden einer läuft hier zwei laufen bei der tür rum ich spreche moonwood und heilzeug ollie warte ich komme rüber ollie ollie hier elektromo hat keiner mit elektromo hat keiner mit ne doch hier hier vorne hier vorne so komm man jetzt kann ich stillstellen ollie da habe ich da kommen sie da kommen sie schliege wo bist du ollie ollie ok scheiße ja oooh sehr klar von der anderen das sind zwei von hinten und von vorne war ein komplettes squat ja guck mal 258 ich mache schaden komisch ne ja ganz kurz eine rauchen ja ich auch oh nö ich lasse mich über der allerleine hier ich lasse mich über der ich 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Weiß ich noch nicht... Gute Nacht! Bereitet euch auf die Schlacht vor! Richtig auch... Jaaa... Geh da, Rainer... Ich geh vorne... Jo, Wahnsinn! Was denn jetzt gemacht? Munition gefunden und nichts... Nichts gefunden oder was? Keine Waffe... Jetzt hab ich eine... Jetzt hab ich zwei... Ich hab ein blaues... Musst du wieder angeben, ja ist klar... Selbstverständlich... Selbstverständlich... Wir haben Glück! Wir sind bereits im nächsten Ring! Ja, ich hab die Triple Take und... Ähm... Wie heißt... R301 hab ich... Hemlock... Oh, hier findest du aber auch nur Hemlocks, ey... Das ist ja zum Kotzen hier... Äh... 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 Tschüss, Herr... Tschüss, Herr... Wo bist du? Ich bin hier... Ich bin hier... Ich bin hier... Oben auf dem Turm bin ich... Ach, da oben... Da bin ich wieder... Oh wei, oh wei... Oh, Scheiße... Geht ja wirklich mal schnell... Zehn Minuten... Hast du noch Zigaretten geholt? Ja... Siehste... Vier Schachteln... L.M. Für sieben... Bäh... Ja dann... Wir sind grad in der Runde... Dauert aber nicht lange... Das ist ja bei uns nicht sehr lange, Audi... Also daher... Ja... Eine Frau meinte eben zu campen... Und sind dort zum Hops gehören... Ja, weil du da in der... Äh... Ach... Ja, Campen bringt nicht viel... Doch, mein Papa... Ich hab ja gefightet... Aber wenn Papa quasi mal... Weißt du? Ne... Ich wieder... Ja, du... Wenn... Ihr müsst beide mal was mehr treffen... Ja, ich hab ja quasi Schaden gemacht... Aber... Ja, ich auch... 37... Ja, ist ja immerhin etwas, ne? Ja, eben... Boah... Ich hab ein Legend... Ich hab ja immer noch... Da und Schild gefunden... Ja... Wir... Also... Wir geklaut... Ja... Was hab ich geklaut? Ist die doof oder was? Ja, mein... Legi Schild... Ne... Ist klar... Du sagst dir selbst ein... Dominik hatte heute... Ein rotes... Äh... Dings Schild... Oh... Steht? Selbst so... Oder... Ne... Gefunden... Hält das mehr aus... Als Lila oder Gold? Ja... Mehr als... Gold... Wiss ich... Gar nicht... Ich rieche den Sieg... So... Da werde ich wieder... Wunderbar... Kann ich mal sterben... Ja... Voll... Der habe ich... Der habe ich... Der habe ich... Moment... Gucken wir mal die Triple raus... Gucken wir mal die Triple raus... Gucken wir mal ob da irgendwo da irgendwo da ist... Ich schick mal einen Köder... Liefer ein Care-Paket aus... Care-Paket von oben... Eine Gunst der Götter... Ich sehe jetzt gerade mal nichts... Renn Forrest... Renn... Na ich renne doch schon... Renn doch Forrest... Rennen kann ich immer gut... Äh... Kann nicht sein... Du stehst nur wie stocksteif und angewurzelt... Was will der denn alles... Haust du wieder ab? Ja ich bin hier hoch... Herr... Moment... Und ich bin die Frau immer nur am Suchen... Ja... Da oben gibt es doch eine Karte... Ja... Das sage ich ihm ja auch... Aber... Ja... Was hier wird gratis? Eine Karte... Nicht gratis... Ohhhh... Ohhhh... So schlimm ist es schon... Ohhhh... Oh die Bette... Erlöse mich von meinem Leid... Echt... Ey... So schlimm wird die auch oder nicht? Aha... Ja... Ja also... Langsam wird es schon echt... Äh... Unfreundlich... Wie lange ich warten muss hier... Ja... Sechs Minuten und 36 Sekunden... Du bist... Meine Frau muss ja eben rumdümpeln hier... Ich dümpel dir gleich... Wirklich was... Ich seh dich doch schon gar nicht mehr... Ich leck mich doch in der Tasche... Das wäre jetzt richtig Falsschaden gewesen... Kannst du jetzt endlich mal hinterher... Rezottel... Komm... Ja mach doch mal hin hier... Müsste mal einen Schlüssel haben... So... Hast du dort? Ja... Das war ich... Ja... Ich nutze meine... Äh... Ich nutze meine Queue auch ab und an... Ja... Ich auch... Wenn es brennt... Aha... Scheiß... Ich hab wieder tausend... Ich hab wieder jede meine Legs hier... Ja... Das kann doch nicht sein... So... Ätzend... Also ich hab das auch manchmal... Schlimm... Ja... Bei mir läuft total flüssig... Ja... Aber ich dachte mir immer das liegt an den zwei anderen Monitoren... Ne... Wenn ich aus dem Spiel raus tabe... Dann lag das... Also dann ist das so richtig so 15 FPS oder so... Oh... Ah... Du hast doch bestimmt... G-Force Experience oder wie das heißt... Ne... Äh... Ja... Dann lass mal das Spiel da durchlaufen... Achso... G-Force Edge... Da Punch Chip 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 Chip... Hier geht es nochmal rein... hier ist eine drohne würde nicht die tür öffnen so ich hab das geschäft meines lebens gerade gemacht wollen wir nicht hören weil wir streben genau das ist eigentlich ganz einfach ist eigentlich ganz einfach ich habe mir eben zwei schachtelzigaretten geholt mein kumpel der hier in der straße wohnt hat keine und ich hab die jetzt für sieben euro ich habe für sieben euro verkaufschiff für zehn euro nein das ist ja für die ich bin ja gelaufen dafür das ist ja kein freund mäßig also nur so bekannter jemanden vom sehnen der sie kennt fahrer brau müssen wir sagen und du kleiner juchel fressen müssen links rum ich weiß doch das war ein zweimal so wir hören was die tussi sagt hä ist doch nichts schlimmes ich wollte nur direkt voraussagen ja ja ist gut ich finde das war gut gemacht dass der reverend sich so die ganze scherbe wegen der lobby da oben glaube ich geht was ab ja und langsam zum schluss kommen hier damit kinder mit schwingen ich bin ja schon am suchen aber unter zehn sind wir also reicht ich habe sie gefunden wo denn da da ja ich sehe zwei was wir drinnen immer reinkommen ja warte auf mich bevor er reingeht da ja ja es ist klar ein schuss und ich liegt ach das ist doch ein wit das ist doch echt lächerlich naja mit dem blauen schild komplett voll noch und ein schuss und ich liegt das kann ja wohl nicht sein kopfschuss das kann nur kopfschuss kopfkill gewesen sein geh ich von aus ich glaube ich habe meinen schaden fertig äh ne da wollte ich nicht hin voll hin der mann ne immer noch nicht 531 hab ich 100 schaden fehlen mir noch ich habe heute schon geschafft für die ursache 3600 schaden mhm habe ich auch fast voll ich habe drei spiele heute gespielt ich habe eins gespielt ne was haben wir eben gespielt fünf spiele oder was war denn das sechs ich habe keine ahnung zu viele hat nichts gefloppt also ich muss noch 100 schaden mit dem mirage machen mhm der mirage der gefällt mir nicht ne mir auch nicht mir auch nicht also hast du ihn gekauft oder war dominik das ne dom mhm aber ich habe mich mit dem blatt platte und an nö hat er dafür gefragt ach so ich habe mich mit dem platte und habe aber papa ich habe noch nie gesehen dass du die fähigkeiten benutzt ach jubbe dem sowieso nicht hä warum nicht keine ahnung das ist wichtig oh lebe das ist von meinem leid also kuppel von mir benutzt die auch nicht aber trotzdem ja warum soll ich sie denn benutzen bitte wenn ihr sie nicht benutzt warum soll ich sie denn benutzen ich benutze sie ja die ganze zeit ach guck doch mal ich darf guck doch mal da kuppel runter zackig warum in der kuppel bei Cresta was war denn da ich hab ne Cresta wo ist denn die hier unten links da ja da geht auch schon ein anderes Court runter ich geh hier rein aber ich hab ne Waffe glaube ich ja ich auch die Busambique ich auch und die G7 Scout habe ich die ist ganz gut geworden seit dem Update ja hier ist der Titter ich brauch Schablau warte bei dir sind schon welche oh ernsthaft 3 ach du scheiße einen hab ich wird ja dann ziemlich ruhig äh ziemlich schnell ach du bist ja da hinten hingejumpt ach du scheiße da hinten da hinten ach ordentlich ordentlich ok so ich hab noch fast einen ich bin fast da ich hab scheiße 2 ja abm assist gemacht hab dem quasi auch Auerbach wo sind der andere hier bei mir ich bin unterwegs was ist denn bei dir ah ich hab ihn halleluja zugefallen hier wenn du die G7 Scout hast nimm diesen Doppelschuss da raus wo aus der Kiste hier aus der ich seh keine der ist gut aus welcher Kiste denn aus der hier oder was hier vorne ja die die Lederne ah ok ich hab für die Prowler auch den Doppelschuss auch aber ist nun gibt's auch gar nicht äh ich hab auch äh warte wie heißt das von der Prowler was heißt schwere munition feuer modus receiver und ich hab das lebt die feuer modus ach so feuer modus dann kannst du durchschießen mhm das brauche ich jetzt auch verdammt viel wehre mun ja jetzt aber jetzt nix mehr hast du gescannt ja ja voll ungewohnt dass du Blatthorn spielst ja hab ich nur use 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 ja auch mal ja quasi Q ne und alles wo soll ich denn hin wir looten ich bin auch am looten ach du scheiß hier sind ja welche ich brauch Schilder oh man Alter ich war so dumm ich war so dumm ich war so dumm was hast du denn jetzt gemacht hier ist ein ganzer Squad ne ernst ich habe keine Mun boah du machst mich fertig Olli echt ich lauf grad weg da brauchst du denn du für Mun leichte ja hier bei mir ist was so ich bin wieder zurück ja gut also da unten sind welche mhm super Olli super ich muss mal verprügeln weiter runter da du bist der nächste auf meine Liste ja wir sind nicht da wo ich grad war da da wo ist da 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 wo ist da 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 kommen sie grade hoch nehmt euch den Totem nehmt euch den Totem ich bin ich bin es nicht ey warum hat das jetzt nicht funktioniert mit meinem Totem keine Ahnung nur hast du eh vergessen zu klicken ne ich hab das ich glaub die haben den kaputt geschossen direkt naja das ist ein AA ganz schlecht das war AA 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 halt der nächste Schrott die Kuppel hab ich fertig ich könnte jetzt wieder den Revenant spielen äh den Bloodhorn spielen ja oder ich spiel jetzt weiter den Mirage Mist teuer sehr ey cool ich hab ne abzeichen die ist auch gut ne die kann gut hochholen so eine Bohrstelle brauche ich und der Baum ich muss noch zwei mal Top 10 ja die ist auch gut ne das hab ich schon fertig also im Grunde müsste ich noch neun Knockdowns mit der MP machen also mit der R99 ja drück lieber mal achso du musst ja lesen tschuldigung naja auf jeden Fall hab ich das schon mal ich bin in das Battle Pass 99 ja so cool ne willst du die Lifeline oder ne dann nehm ich jetzt den Mirage wenn du weiter Dings nimmst ja nimm doch die Lifeline die kann auch dieses Care Paket holen ja ne mit der komm ich gar nicht gerade das ist ein Schar wow die belebt schneller etc bebe ja bald doch nichts wenn man als erstes auf dem Wohnen liegt ja eben ja danke Olli sehr gerne hat das mit der USA mitbekommen ne 550.000 Infizierte ja ja so ja ja das ist und 200.000 Tote ja 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 die toppen alle besorgend ich glaub sie werden untergehen an dem Virus das ist das ist da drüben das gesundheitssystem das ist kaputt da das ist ja mal Arsch da weil die ja alles da selber zahlen müssen ja alle versichert sind ja ja soll man nach hier ja oder nach da ja 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 ich denk mal hier werden wir nicht lange überleben so Dominik habe ich da überlebt ja 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 ich geh da hinten rein ich geh da hinten rein ich geh da hinten rein ich geh hier rein ja die alte Natter Alte Natter Alte Natter Alte Natter Achso Alte Natter Alte Natter habe ich hier ist noch Tittchen ich bin fertig Feind hier ist ein Feind bei mir auch ich bin unterwegs komm rüber ja bin unterwegs ich bin bei euch ich bin bei euch schon helllos beim sterben genau ich bin hier abgehauen Entschuldigung geil wo ist denn der Arsch jetzt da Handgranate ja da sitzt du hier direkt bei mir da ist er der hat mich schon mal gut getroffen weg ok einer ist weg einer ist knocked links noch und einer oben auf dem Dinges auf den Boxen habe ich schon der hat kein Schild mehr ok noch mal einen Moment um meine Schilder aufzuladen einen habe ich rechts hinter der Maus ach der krabbelt da rum ne ja 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 cracked ich hol ihn hier ja dein ist dein ist verblutet geil das ach das läuft doch ne ja ich hatte kein Schild und zwei gewürzt ich habe auch noch einen und assist gemacht hat einer noch was zum heilen bitte mal an ja genau aha auf der suche auch der kuppel ich veranlag gerade ach hier ist jetzt der neue ort von dings blatter und ja hier sind diese fläder die adler oder was macht ja was ich hab doch gesagt ich muss noch die runde zu ende zocken ich bin sofort da nein ich wurde angerufen von der zigaretten haben wollte ich hab dir gesagt noch zu ende wenn du von meiner tisch ist dann ist das von anfang gesagt weil ich dachte eigentlich das gedauert die andere rolle dauert was länger hat jemand nichts zum heilen hier nichts mehr zum heilen wir müssen ins gefecht ich habe einen aber warte dahinten ist dings was die drohe ja ja alles gut war nur ich habe perfekt diese kugel runtergeholt vielleicht ist sie haben aber drinnen und zu dreckstall hin ich schaue hier ein paar feinder da warst du schneller als ich ja da vorne sind ich habe gerade eins gehabt ich habe 55 55 schuss habe ich welche waffe beiden leichte oder schwere leichte hier ich habe schwere munition übrig braucht die einer ich habe leicht hingeschmissen wir müssen ja wir sind echt anseelig aufrufen würde ich sagen ich habe einen gedauert wo ist der denn da vorne ist der den ich gedauert habe der in dings hat auch kein schild mehr ich habe zwei niedergemacht geht rein da ich habe zwei genockt da ist der da ist der leider einer ist tot ja da ist er ja den Paarfeiter hatte ich auch schon genockt ok scheiße alter Schwede wo ist der Sack hier rechts kommen auch welche rüber zurück ja hier vorne neben euch ja nachladen komm rein da wollt ihr denn die ganzen stehen hier vor euch der steht hier vor der Tür der ist drin komm schon schießt den in den Arsch wo ist der denn hin das sind jetzt zwei wofür beschäftige die ich hab keine Munition mehr das ist mein Problem weg einer ist weg ok ne ernsthaft bist du schon wieder tot Luftschlag geht nicht raus Luftschlag geht nicht raus Luftschlag einer ist weg bist du ne einer ja ich hab keine Mühe von Scheißproblem da ist er der ist am looten ja ja alles gut ja alles gut ohne Medi ohne alles ne ja ja das ist ich bringe mich schnell die Zielwert raus ich bin sofort wieder da ja 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 top 10 sein können ja jetzt muss ich noch zwei Doktor unter der Baustelle machen achso ok ja ja der Schaden ist da oben 3600 die hab ich voll versucht verursacht der Schaden 3600 ja ja 99 dann kriege ich 100 und dann ist der nächste Stufe 110 ich bin gespannt was 110 ergibt nicht für Punkte man das verbraucht aber das war echt leicht zu erspielen eigentlich die Battlepost Stufen ja gut muss ich ganz ehrlich sagen also ich hab jetzt wirklich noch in drei Wochen die ich komplett machen muss und dann habe ich noch in der einen eine Aufgabe in der Woche 9 habe ich zwei Aufgaben noch und Woche 10 brauche ich noch eine Aufgabe ansonsten ich hab jetzt sieben Wochen komplett voll schon ok ja und drei Wochen noch komplett und dann kriegst du noch EP von den auf Leveln und blablabla also im Grunde ist das echt einfach muss ich ehrlich sagen ja ok 2 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 7 5 5 6 ich würde mich interessieren ob der redet ich glaube der redet aber gar nicht und natürlich auch doof ne das macht er nicht weil er ist normal aber so unterstützt ja auch andere ja ja logisch wenn der kumpel jetzt vorbeigekommen ist warum ist der dann nicht direkt zur tanke gehören ist ja ein bisschen blöd ne ja gut ich glaube das ist die logik von dem alter weiß ich auch nicht so ganz aber naja hast du nicht ein schickeres kostüm für den mirag der sieht so wird anderes im standard ich glaube ich besser aus wie der geschiss ich hatte gerade mal geguckt bei den herausforderungen was heißt denn die woche 4 7 woche 2 woche 3 ja jede woche einmal die woche wird so eine woche freigestellt dann kannst du die ganzen klickste drauf siehst du aufgaben erfüllst du die kürze dann die punkte und bettelstufen ist mir schon klar damit et cetera ja das ist so level zu sein werte passen level zu dich et cetera pp ja täglich wenn zurück sitzt wann immer siehst du oben den timer wenn du darauf guckst in 13 stunden 3 23 minuten ja dann ist er dann das ja cool wir haben jetzt quasi 10 uhr halb elf rechne mal und 12 uhr geht 12 uhr unsere zeit glaube ich mit das ne ja ja fröchentliche wieder während 21 richtig damit kannst du auch noch mal battle pass stufen hoch spielen durch das event könnte halt jetzt diese extra sachen die haben ja habe ich schon alle hast du da mittlerweile schon wovon wenn du zurück gehst da hast du oben dieses alte siten hellwand heraus und da klickst du drauf dann siehst wie viele punkte du schnach alle abgeschlossen außer erreicht zehn mal die top 10 darüber dieses gehen wir auf das große alle alte siten event heraus war noch klickt da drauf habe ich gerade habe gesagt ja dann gehört wenn er auf 4000 punkte schon voll ein halb weiter einfach weiß ich was du meinst mit 4000 punkte hier die ganzen schaff jetzt von uns ach du meinst da oben weil ich war ich war ich war ja täglich nur die wochen drin stehen oh man ich hab extra gesagt geht zurück 2000 2000 gerade erst ja und für jede die 250 500 hast du hier quasi punkte sachen bekommen und die 4000 natürlich hast du ein schönes für die longboat und schönes skin in legendary nächste stufe wäre dann sieger als bloodhound ja das ist wenn wir bei mir quasi gleich siehst du mal reingehen der hat bei mir hat der diese färten laserplaketten diese plaketten ähm da habe ich dann sieht das aus wie so ein bloodhound und die kills siege und verursacht das schaden von dem richtig ein er gibt nämlich so ein bildschirm von bloodhound das habe ich ja auch von dem revenant das war das letzte event gewesen was ich mitgemacht habe ja da hast du ja den revenant bekommen oh gott wie macht er diesen zigaretten noch ja ich glaube die sind ja am stopfen ich will ein geschlöschendes bett ich muss noch zwei minuten die top 10 und dann machen wir auch davon ja ich muss noch zwei noktons in den baum machen dann habe ich quasi die blöde sache aufwertet glaube ich ja ich will eine battle passstufe ich bin mal gespannt was ja jetzt 99 dann 100 und dann 110 ganz wie sich das verhält von den 100 bis 110 ja keine ahnung ich auch nicht weil durch die äh wochenaufgaben hätte ich ja theoretisch noch battle passstufen äh die ich kriegen würde keine ahnung ich bin immer so gespannt ach alter schwede wo bleibt der ja event endet in einer woche was endet denn in einer woche das alte sitten event herausforderung achso da steht doch event achso da drunter gehört zusammen achso ok der lesen kann ist klar im vorteil ja ist ja gut hab ich ja abgeschlossen was hast du denn jetzt alles hast du die äh copten siege alle 10 habe ich ja gesagt fehlen mir noch zwei ok wieviel schaden hast du aber dann habe ich verhaftet die 3600 ja ok da müsstest du normalerweise mhm warte du kriegst ja zweimal bei dem schaden einmal bei 1800 200 punkte und bei 3600 das sind 400 punkte schon dann hast du einmal die top 4 ähm sind auch nochmal 8 also 800 punkte 1000 punkte kannst du pro tag normalerweise holen das ist eigentlich äh so oh wow hast du fertig gestopft ja aha der hat mit mir noch ein bisschen diskutiert ich hab dem dir jetzt für 8 euro gegeben super oh mein gott du bist ne tröte du u heute entscheidet sich unser schicksal Und wo nimmst du die Bang gar nicht? Achso, ja die kann ich auch nochmal nehmen Oh Gott, es ist zu Tode geweiht Wohin? Mir ist das egal, das ist da wo der blaue Strahl ist Oh Gott Ja ne ist klar Es ist wirklich zu Tode geweiht Gut ja nicht wirklich, oder? Okay Wir hier rein So, schauen wir mal Treppen hoch, Feind, 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 Feind Tot Ich bin unterwegs Der hat doch Waffe, ich nix Ich hab eine Wo ist der denn? Ich seh ihn nicht mehr, keine Ahnung Den auch nicht, Olli seh ihn nicht Ich denk mal, dass er abgehauen ist Gott, den alten auch Hier sind aber noch einige unterwegs Wenn einer eine Waffe sieht, sagt man einer mal Bescheid hier Ich hab nämlich nix Ja, zumindest ist er etwas Da müssen Menschen drin sein, wenn ich mich führe Wo? Da schießt's Ach, wo ist er die Titte denn gefunden, ne? Lach hier Lach hier, grad irgendwo am Boden Wo ist er denn jetzt? Wo ist er unser Apartment? Hier oben Geh mal runter Soll ich mal scannen? Ja, scann mal nach unten hin Ich hör hier überall Schüsse Ey, legt mich die Eier ein Ach du scheiße, das sind ja drei Ja Oh, ich hab'n Leck grad gehabt Ich hab'n Lach hier der war hier drinnen, hier links ist einer hier drinnen ist auch einer, fuck scheiß Gas ja sag schon wo ist er hau weg das war ja mal voll die geile Action ja das war mal anständig ha 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 das war anständig aua aua im Film waren aber noch 2 Squats zu viel ja das war echt wow ich muss unter den Top 10 hop hop Oli ja ich bin gerade aus dem Weg aus dem Spiel ok also 2x muss ich noch unter den Top 10 ja 2x noch, wow ich werde gleich 2x ins Bett gehen ich bin jetzt viertel vor elf gleich mhm eigentlich um so viertel raus ja dann solltest du früh schlafen gehen ja das wird schon gleich gehen hör zu ich hab den ganzen Tag trainiert es wird jetzt wirklich Zeit für einen Kampf heute ist unser Tag heute ist unser Tag künft ehrenhaft mhm 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 läuft mhm 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 und dort sind schon zwei squads dann flieg mal dahin das ist meine hut hier stand ich immer mit maurice hier gewinnen wir immer eigentlich da maus sind zwei ich werde dir gerade bekloppt dann werde ich hier die ich nicht mensch weg er hat waffe ich nix er hat waffe du nix ja wenn ich nix habe ich kommt mir nur mit der faust wer die macht mich wahnsinnig eine runde noch mit wahret für mich ich muss aber unter die top 10 hoch ja dann musst du nicht so schnell sterben ja dann müsst ihr mal vernünftig abspringen sag doch dem ältesten was mit meinem kleinen bruder hat auch heute alles funktioniert zu zweit ja wir werden e-sport spieler wir gehen in die wir gehen in die ihr wisst was ich meine ja 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 in die e-sports gehen wir wir gehen auf turniere welcher selbstverständlich wir werden deutsche nationalspieler selbstverständlich mhm 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 Tempo, Tempo, wir springen ab. Oh, ich weiß, wo der hin will. Ach du Scheiße. Ja, du weißt auch schon, Olli. Wunderbar, es sind auch schon andere auf dem Weg dahin. Jo, das erste Sport ist schon drin. Das gibt jetzt festen. Wir waren aber jetzt erst doch. Ja, das sind wir gleichzeitig, glaube ich. Aua. Ich kann nicht schießen, ich habe keinen Huhn mehr. Ernsthaft? Der fistet mich. Ach, ich bin so gegangen raus. Ich habe einen. Ja, ich habe auch einen. Ich habe drei. Vier. Ey, warum sind nur... Ich habe vier Stück genockt. Oh, Scheiße, Alter. Ja, ich bin draußen und bin verreckt. Ja, ich bin in der Falle gelaufen. So bist du nur draußen. Weil ich gelaufen bin und aus dem Tunnel rausgeflutscht bin. Ja, ich bin in der Falle gelaufen. Oh, ich bin in der Falle gelaufen. Ja, das sind sie. Genau, die haben mich. Ja, das sind die. Ja, das sind auch die. Ja, das sind die. der zeit also ich hab nicht genug aber einer wort hochgeholt also in einem gefahren wird ich habe ich habe am anfang bekommen ja ich habe keine munition mehr gehabt ja ich hatte auch nur so einig gekehrt hatte das war jetzt wirklich die erste runde müssen wir jetzt mal was vorsichtiger sein wenn man unter die zehn kommen mensch scheiß egal du sagst doch immer quasi ja immer so lange und tot das ist euer champion verlieben macht keinen spaß wow 1340 ne fantastisch aber geht ja noch vernünftig abspringen hier das ist eine gute landezone wollt ihr gewinnen dann macht was ich mache die schlachten unter uns da wollen wir aber nicht hin wohin da wo meine frau jetzt hinfliegt hier wo wollten wir denn hin ziemlich weit zum ende ja aber das ist je nachdem wie du das siehst weil guck mal hier landet jetzt niemand richtig genau darauf achte ich nämlich ob da jemand kommt oder nicht da war jetzt niemand in der nähe wer hat die goldene brust ecker war ja wieder klar entschuldige die lag da rum und ich hab zu direkt getatscht ja fand ich nicht okay nicht klar ja ich hätte die auch mal haben können zur abwechslung die hast du sonst auch immer noch mal ich schlag den gleich echt jetzt hab ich nur einen gelben helm bekommen hast du das geschwürt so warte mal auf ja verdrills was hab ich denn jetzt hier macht die blöse helmfrock hat er eine elektromoon zufällig ne ich hab auch nur 10 schuss was elektromoon ne ich hab nur 10 schuss leichte guck mal hier hier guck mal da was hab ich denn damit ne brauch ich jetzt nicht ja ja gehen wir weiter ja ja wo willst du hin Richtung zone oder irgendwo wo man auch ein paar kills machen kann gehen wir erstmal hier lang wo man ein paar kills machen kann ne ne erstmal 10 unter 10 müssen wir haben ja aber bis dahin müssen wir es erstmal schaffen ja das ist ja das problem dann müssen wir irgendwo campen meinst du das ernst ich glaub der ja gerade jetzt gerade ja aber wozu brauchst du denn diese unter 10 ja glaub mir alles weg hier vor den nasen ist klar ich hab ein zwanziger dings bekommen ja mein rucksack den kann ich ja mein rucksack den kann ich ja mein rucksack den kann ich was ihr braucht ihr pack nasen ja ja ich hab moment 90 elektroschuss dahin war auch nicht ja ich bin grad hier dann ach so bist du dahin ja scheint auch noch nicht gelootet ich hab hier eine anpassung ja auch neu papa du brauchst leichte ne leichte oder elektro elektro genau ja warte dann gebe ich dir elektro hier ach scheiße falsche waffe ich brauche ich brauche pumpe pumpissimo ne hab ich jetzt keine weil ich auch nicht naja falls jemand nen stack finden sollte breit mal die findet man meistens nur so am anfang ne so aber das mit der zone ok geht ja noch war auch noch jemand leichter moon mhm im moment nicht im moment nicht ne wir sind jetzt gleich im top 10 mhm hier ist jede menge elektro moon hier ist jede menge elektro moon die pötzen du ab da unten unterwegs ich brauche eine anpassung doppelschuss mhm um 1 kopf muss doch verschwinden wir sind jetzt der elftes kopf schrott dass du ihn jetzt für die eva sache einer bestand bitte wie warte diesen doppel aufsatz doppelschuss bla 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 für die eva ja hast du mich gekriegt schrott habe ich ich habe ja jede menge schrott hab ich da hin gefunden ja hab ich das genug erst mal ich habe 64 schuss hier ist leichter Leichter, ja habt ihr die gleiche Taste beim PC wenn ihr F drückt könnt ihr auch normal markieren öh oder nur Feinde F die rote nur Feinde F ist nur Feinde ja, weil du dich voll oft verdrückst ja, weil das ist die mittlerste Maustaste die klickt bei mir direkt automatisch zweimal ach so äh, wie war das denn? weil die einen Schaden hat, die Maus oh ich kann auch eigentlich, ich kann die unterste Taste auch nicht drücken ok die, wie konntest du, die war doch immer schwer zu drücken, oder nicht? ja, ja ne, das nicht, die war am Anfang gegen die, aber inzwischen hat es einen Geist aufgegeben also blaue braucht man eigentlich nicht abschießen doch, das ist aber was, ich brauche irgendwas schönes noch das Helmchen oder so ne Peacekeeper wäre eine gute Sache bei mir na, Energiemon ja, da ist auch nochmal was drin hier ich habe hier eine anpassen, hier ist der Energiemunition also Energiemonition ist diese wunderbar viel ja, muss ich auch sagen wir sind in den Top Ten ja, wunderbar äh, 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 hat jemand kurz ein bisschen Energiemonition für mich, damit ich was schauen kann ja, ich hab nix, ich hab gar nix ich muss nur mal was gucken, weil ich hab diese goldene Devotion rausgenommen ich kann sie nachladen bist du sicher? nein, ja weil ich habe jetzt nur 60 Schuss Energiemonition, aber hier steht 162 normalerweise kannst du die, glaub ich, nachschießen ja, ich lass mal Vorsichtshaber drin so, wenn wir da reingehen aha, 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 willst du zurückgehen? ernsthaft? könntest du hinterher spawnen? hier ist niemand okay, dann geh mal hinterher du musst aber in der Nähe sein, ne? ja ich seh's jetzt nicht, du? nö da kann's hin, ich seh ich welche fighten okay ich höre sie auch wo schießt wird? hm ich hab endlich den doppelschuss trigger wunderbar boah, ich will dir nur noch das hier ich seh hier aber auch niemanden ne, im moment nicht, ne? du hörst zwar was, aber ich seh noch keinen ja, ich hab alles von da ja, von hier kommt man auch richtig oft Leute ich behalte ihn im Auge soll ich mal scannen? ja, ich weiß jetzt nicht, in welche Richtung die sehen und in den Umkreis unter der findet nix oder denn jetzt dahin einfach das ist schon mal länger das ist schon mal länger das ist schon mal länger ja, ja stell dir drin Schritte ja, der schießt ja, der schießt bei mir von rechts kommen die Schüsse von rechts von rechts auf dem Dach und hinter uns, glaub ich ja ich weiß nur nicht von wo es sind aber mehrere oh, Oli, nein nein oh, Schei ja, ich bin doch weg das waren mehrere hinter uns waren auch noch oh, das ist doch nicht weg kam von rechts von links und von der anderen Seite ja, Jungs, aber ich bin jetzt raus ich geh jetzt ins Bett ach, ich will wir müssen doch einmal unter 10 und dann ist gut ja, dann musst du allein machen ich will ins Bett ich geh ich muss um 5 Uhr aufstellen ne, 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 ne stell sich's nicht voll an ne, ne ich morgen die Hölle vor mir ich müsste zwei alleine machen ja, ist klar, das klar ja der Maike schon Maike schon weg, oder was? keine Ahnung keine Ahnung ihr wisst, ihr wohnt mit dem unter einem Dach ja, der ist sehr ruhig momentan entweder ist er hat er Feierabend gemacht oder keine Ahnung geht der manchmal freiwillig schlafen? ja, morgens um 4 oder 5 hm echt? hm und dann schläft der mal bis nacheitags? äh 1, 2, 3 hm ja, 12, 13, 14 ich weck den aber früher mittlerweile gibt es nicht ja, nur knicken hm oh, Oli, wir müssen im Spiel ja, spielen wir jetzt zu zweit gegen drei Leute hm, dann kriegt er ein random rein nein, ich hab hab hab, ich hab hab, ich hab kein du bist nicht bei mir drin ich weiß, ich wollt grad zeigen du bist im Spiel, ich steh in der Lobby ja, ich hab grad verlassen gut, ich sag mal gute Nacht auf Wiedersehen ja, schlaf nicht zu spät ne ne, nur einmal, zweimal du komm nicht zu spät ins Bett ne gute Nacht nacht jetzt bin ich raus warte, ich lad dich nochmal neu du bist in meinem Match, steht hier ne, bin ich nicht vielleicht hat sich das noch nicht aktualisiert so, jetzt kann ich bereit mhm und dich auch ah, ja dann gehts doch aber grad eben hat er sich irgendwo ein bisschen verschluckert ja so, noch einmal unter die 10 und dann ist gut ja, alles, da kriegen wir hin los, ziehen wir den ordentlichen Scheitel sie haben nicht so eine Kindermaschine gemacht so vielleicht machen wir jetzt auch eine Runde wie Dominic ja ne, ist klar denkst du nicht? mhm aber ich hab mit Dominic immer gute Runden ja, gut der ist so ein kleines Ratzfatz-Pokémon Ratzfatz-Pokémon, genau du bist so eine kleine Maus äh, wo geh mal hin? du kannst du entscheiden, mir ist das egal ja, mir auch rein theoretisch also mich juckt doch gar nicht können wir ja hier runter mit meinem mir aus der vorne wir müssen lange durchschauen sind 30 Squads hier oder? das sind 30 Squads warum darfst denn? weil wir nur zu zweit weil wir nur zu zweit sind ja, genau haben uns heute in den Finger geschnitten bitte? haben uns in den Finger geschnitten wieso? weil wir nur Dingens haben ja, weil wir jetzt länger überleben müssen ja ja, aber mit dreien ist das halt immer schwerer, ne? ja, gut, das stimmt schon ja, klar, von mir aus da rüber wo rüber hier, wo ich markiert hatte ach da ich muss erstmal gucken, ob ich wieder rauskomme keine Ahnung, jetzt bin ich draußen Wahnsinn, ich hab die Mosambique nur die Mosambique? ne, und die Prawler Prawler? ja hab ich denn? 80 Schuss hab ich ich hab 60 ich höre jetzt hier niemanden ich höre jetzt ich höre jetzt ich höre jetzt ich höre jetzt auch ausstreben für die andere schwere Moon was hast denn für ne Waffe? ich hab die Eva und die Prawler hier ist schwere hier ist auch schwere ja auch wenn ich kann rüber überall schwere munition hier oben war noch glaube ich also jetzt müsstest du eigentlich noch langsam haben 160 habe ich jetzt ja geht noch was immer drin wow elektrogewehr von hinten bei auf dem squad war mir jetzt 18 scheiße das soll man erst mal ein 3er machen schneller oder weiß ich nicht gar nicht keine ahnung ja komm mal der 2er ist ja egal was mache ich denn hier ich wollte gerade Party verlassen drücken Idiot da bin ich mal gespannt ob wir das jetzt schaffen aber sie müssen es nur überall raushalten so wie eben ja 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 Abgefeuertes Schwarz-Ulfahrt, riecht nach Sieg. Sieht gut aus. Ihr seid großartige Schilde. Ich darf vorstellen, euer Champion. So, wer ist denn jetzt bei unserem Squad hier? Ja, wir zwei. Niemand. Wir zwei, ja. Ich habe ja wieder Duo gestartet. Achso. Also eher was außerhalb. Ich würde sagen, da hinten irgendwo zum Schluss, oder? Da, oder was? Ja. Ich werde unter deiner Haut kriechen. Denk dir ernsthaft, ihr werdet das jubeln. Unter uns ist ein Squad. Bitte? Rechts neben uns fliegt auch eine. Glaub in die Richtung. Ja. Die biegen aber mehr nach links ab. Nach rechts. Von uns aus gesehen. Ja, das stimmt. Ja, ansonsten, ich flieg da runter. Okay. Wow. Scharfschützengewehr. Ne, ne Longbow. Ne Longbow. Jo. Das ist ein Scharfschützen, ne? Ja, ja. Hier ist ein Scharfschützenvisier. Ja, hier ist ein Scharfschützen. Willst du das Scharfschützengewehr behalten? Ja, ich behalte das erstmal. So. Ich habe nur 16 Schuss. Ich habe 6. Oh. Ne, ich habe 16. Schwimmt. 6 in Magazin. Vorher ist einer. Ich habe einen. So, der ist direkt rausgegangen aus der Runde. Ach, so wie. Ich habe jetzt die Pistole noch dabei. Hier oben geht es richtig ab. Vielleicht sollte man es noch mal zurückhalten, ne? Ja, ja. Bin ich ja gerade dabei. Ich höre die Schritte. Da hinten. Ist jetzt gescannt worden. Da ist steht einer. Wo ist der? Hier im Hausrand. Wo ist denn der jetzt? Immer noch im Haus. Ich denke, der ist da umgegangen. Keine Ahnung warum. Ne, der ist noch hier drin. Ja, da kommt er raus. Ist gerade links vorbei. Aus dem Haus raus. Ich höre den noch, aber ich weiß nicht wo. Ich meine, der ist abgehauen. Da hinten ist er. Ist abgehauen, ne? Ah, jetzt ist mein Munition leer. Abgehauen. Der ist da hinten. 55. Wo ist denn der jetzt? Keine Ahnung, der muss hier irgendwo runtergegangen sein. Da, da ist er. Der stand genau hinter mir. Ich habe ihn. Der war aber Laie unterwegs. Ja, ja. Ich habe fast keine Munition mehr. Dann müsste es mal weiterlaufen. Richtung Ring. Machst du? Hast du mich umgelegt? Da kommen wir auch nochmal Richtung Dingens, wa? Jo. Ich habe das nicht für dich gemacht. Der Ring schließt sich an vier sind nicht drin. Hey, wenn ihr sterben wollt. Das ist euer Begräbnis. Ich habe nur insgesamt 25 Schuss. Noch nicht mehr viel. Also 15 von der Main-Waffe von mir sogar. Der Squad, der ist, müsste doch jetzt geschwächt sein, oder nicht? Ja, es sind aber noch zwei, müssen doch zwei Swords abgeschlachtet werden. Ja, okay, die hauen ab. Die haben Schiss bekommen. Ich habe die Liederbrust direkt mit dem 111er zerstört. Oh. Was haben wir denn hier noch? So. Ich nehme mich jetzt eben die Waffe. Kann ich nichts machen. Jetzt müssen wir den gleichen Weg nochmal zurück, damit wir was finden. Wir müssen jetzt zumindest, sind wir jetzt in der Zone. Ja. Ich fahre noch Scharfschütze im Monat. Ich habe auch nicht viel. Ich habe noch 12. So, wir sind jetzt in den 10. Müssen wir unter die Top 10? Ja, jetzt haben wir 9. Alles klar. Ich hatte lange nicht mehr so wenig Munition in einer Runde. Ja, es kommt drauf an, wo du dann die Dinger findest und ob du dann was davon findest. Mhm. Hm? Da oben drauf. Hier drüben jemanden gesehen. Ja, da oben läuft einer. Zwei. Ja, komm, du lass mal zu deren Müll gehen. Vielleicht lauft den ja jetzt weg. Schöne Saar-Rutsche hier. Wer weiß, wo die hingegangen sind. Oben drauf. Wo oben drauf? Da ist es oben, oder was? Ja, ja. Die fahren hier rüber. Kommen die zu uns, oder was? Ja, ja. Boah, ich muss abdüsen. Granate. Boah, das war aber knapp, ey. Die haben mich jetzt gleich. Ich hab nichts mehr zum Heilen. Ich hab noch. Die kommen nach unten. Kommen sie. Ich stehe unter dem Schuss. Warte, Moment. Boah. Da kommen sie. Das war's. Wo ist denn der? Direkt hier vorne. Ha. Aber ich glaub, unter 10 war man, ne? Mhm. Ja, wunderbar. Komm mal vorne rein. Ob das jetzt gezählt hat. Ja, haben wir jetzt geschafft. Bitte? Ja, jetzt haben wir deine Aufgabe, du hast. Ja, ja, jetzt hab ich 10. Ich erreiche 10 mal die Top 10. Ja, das haben wir jetzt auf jeden Fall. Mhm. So, was hast du denn? Also, mach mal noch. Ja, ist doch egal. Mir auch. Ja. Ich hab mir die Streifen verdient. Also, hast du noch irgendeine Aufgabe, die du machen musst? Nee, im Moment hab ich das nur. Den normalen Chart muss ich jetzt machen, aber mehr nicht. Was so, alles klar. Ah, ich bin ja. Wo geh mal hin? Äh, äh, wie ist das hier halt? Lass uns noch da. Da oder da, ist ja egal. Bis, das ist auch hier. Lass da runter. Nee, hier direkt runter. Ja. Ist immer ganz gut. Na, endlich Waffen. Ja, die hat man eben auch, aber zu wenig Moon. Ja, jetzt sieht das aber schon voll am Anfang an besser aus. Das ist gerade ein bisschen. Wir sind im Regen. Das heißt, gleich wird sie kommen. Erster Treffer. Die Neuen erwischt Zimmer zuerst. Champion eliminiert. Champion erledigt. Wir sind blaues Knockdown-Shirt. Lockdown-Shirt. Mhm. Stufe 2. Neuer Kill-Spitzenreiter bestimmt. Neuer Kill-Spitzenreiter, seid wachsam. So, jetzt ist ja was Fleischiges zum Abschießen. Moment, nicht viel. Ich habe nur eine Pistole. Hast du eine Pistole? Mhm. Warum sagst du ja nichts? So, warte mal. Ja, hier war ich ja schon. Hier ist ein Wingman. Die ist halt Einzelschuss. Da musst du halt wirklich treffen, ne? Was? Wingman? Ja, ja. Was ist los hier? Was sind denn die Waffen? Ach, gehen wir einfach weiter. Hier ist ein Prawler. Mit Munition dabei. Da oben ist noch eine Kiste zu. Kommt man denn da hoch? Hier ist ein Hemlock. Eine R-99. Hier ist noch ein blaues Schild. Das habe ich ja. Blau. Ach, ein blaues Schild. Ja. Prost. Ja, ja, ist mir schon klar. Komm rüber. So, jetzt habe ich die komische Prawler. Ja, und blaues Schild ist direkt unter mir in dem Haus. Unter dir? Der ist warum am Dach? Ach so. Da muss ich ja jetzt am Mund her. Weg her. Was hast du jetzt? Ähm. Ich glaube, es ist die Hemlock und, äh, wo ist das die R-45? Hey, nehm dir doch lieber die R-99 hier. Hier ist ein R-99. Ach so. Okay. 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 Wow, 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 wow. Den mir dieses Totem. Das Totem hat mich zurückgerufen. Sterb jetzt. Wo bist du? Ich bin hinter dir. Was ist denn da hin jetzt? Ich habe einen, da oben sind die. Der ist ja gerade durch ein Portal abgehauen. Bitte? Hier vorne ist ein Portal offen. Der ist ja gerade durch abgehauen. Ja. Bei mir ist ein. Habt sie beide, sind tot. Dieses Totem hat mir gerade eben den Arsch gerettet, ne? Okay. Ich war nämlich schon tot und dann kommst du mit 60 HP und 60 Schild wieder. Ach so. Brauchst du Medikits oder so? Hm, ich mach das ja nochmal drin. Ja, da müssen noch vier Spitzen runter und vier hab ich raus. Ja, ich hab's, ich hab's. Mach nochmal leichten Moon mit. Fertig. Lass es mal an die Richtung gehen. Warte. So. Von mir aus können wir. Ja, von mir aus jetzt auch. Ja, hab ich ja nicht mehr für den Scheiß mit. Hutschalk gar nicht. Ich nehm schon ein paar Medikits mit hier. So. Hier war noch niemand. Doch, waren wohl schon welche. Ja. Arsch leer. Hier hinten ist so ne blaue Brust. Ne, die haben wir ja im Moment. Ist noch Munition. Munition hab ich genug erstmal. Ich glaub ich für Schritte. Wo bist du denn? Ich bin am Dach. Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Weißt du das? Da unten. Einer hat kein Schild mehr. Lade nach. Werf ich mit der Kranasse. Hogenstern unterwegs. Unterbeschuss. Ich fresse Blei. Ist runter, glaub ich. Ist abgehauen. Da die Zone kommt. Da ist es hier da runter. Ja, müssen wir da runter. Oh, Shepard irgendwo. Ja, da hinten. Kommen. Ich fress Blei. Ich wollte auf sie. Wurüber. Wir müssen in die Zone. Sonst, ne? Ja, ja. Auei, hier ist einer. Ja. Ja, ich flieg da. ich bekomme noch mehr oder das war zu viel die kamen von allen Ecken und Kanten wie viel Schaden habe ich gemacht ja ist okay 18 bei dir lief ne ja wirklich zwei Minuten Sprachnachricht gemacht zwei Minuten ist das ein halber Roman oder was ja und danach noch mal 37 Sekunden schauen wir die mal an und und Das war's für heute. Ich bin der Jumpmaster. So, wo sollen wir hin? Ich weiß nicht, ich spring jetzt mal ab. Wir wohnen, so ein Squad. Mhm. Aber das mag ich auch immer. Was? Ich lerne immer vorher woanders, dann bist du nämlich schneller auf dem Boden. Wo sind sie? Ja, hier sind überall welche, ich hab einen. Ja, ja, einer ist auf dem Boden. Einer kommt auf dich zu. Nee, ich hab keine Munition mehr. Das ist das Problem bei mir auch. Was ist denn hin? Hier bei mir. Da oben. Ja, ja, ich hab ihn gesehen. Da, 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 der schießt auf mich nur. Seh nicht. Da vorne meine Munition, ich bin sofort da. Ja, ja. Kommt hinterher. Keine Munition mehr. Ich hab jetzt wieder welche. Ich hab ihn. Na gut. Oh, was in der Geburt, ey. Hier ist noch ein blaues Schild. Da nehmen wir gerade meine Dings raus, ja. Hast du ein blaues Schild? Ja, ja, hier. Da war ja mal wieder eine Geburt, ey. Ja, so ein bisschen, ja. Lass mal da lang. Ha? Da lang, wo ich markiert hatte. Ja. Ja. Ist der Hund bei dir? Ja. Was macht der bei dir? Der liegt die ganze Zeit schon hier bei mir. Greift der nix im Keller an? Nee, was soll der denn im Keller angreifen? Ja, sonst spielt der doch auch immer mit allem rum. Nö. Der hat die ganze Zeit unter dem Schreibtisch gelegen. Du bist gerade auch rechts auf dem Teppich. Ach so. Ist der Raum jetzt eigentlich nicht zu kalt, oder ist der beheizt jetzt? Der ist bei der Heizung an. Also du hast die Heizung an? Ja, jetzt nicht mehr. Die ist jetzt aus. Aber eigentlich, wenn der Rechner läuft, wird es eigentlich warm genug in dem Raum, ne? Nee, das merkst du. Wenn die wieder so kalt draußen ist, dann merkst du, dass die kalt dran wird. Ja, und dann unter der Heizung ist scheiße. Uah. Untergefallen. Ja, wir müssen eh in die andere Richtung. Wo laufen wir denn innen? Wir müssen noch mit diesem Ring sogar. Äh, ja. Gute Frage. Das ist in Richtung Ring, ne? Mhm. Wenn ich dir nächstes Mal sage, ich benutze diesen Totem, ne? Mhm. Dann musst du Viereck da dran drücken. Das ist, wenn du stirbst, hast du dein halbes Schild wieder aufgeladen und dein halbes Leben. Okay. Ja. Deswegen habe ich mich eben auch sterben lassen bei den beiden. Was? Viereck muss ich drücken? Ja, ja. Bei meinem... Das ist ja so ein Totem. Wenn ich den aufstelle, musste ich da dran stellen und Vierecke drückt halten. Ich habe ja kein Viereck. Ach, Viereck, eh. Ja, sorry. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Das ist schwer auseinanderzuhalten. Moment, Sami. Das wird er schon, oder? Der muss raus. Warte, lass mal grad den Hund raus. Ja. So, wieder da. So. 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 Stopp. Dann. Sanus. So. das war der drake strebzelt zweimal nichts habe ich verkalkt aber anders schießt noch auf den von dahinten ich bin mir nicht sicher aber ich glaube da war einer von mir schießt ja von beiden seiten habe ich einen hinter dir also einen habe ich von den beiden hier wird einer wiederbelebt in der nähe da kommt einer weiß ich wohin gelaufen ist und wo ist da gerade einer draußen rum gelaufen ich hab den bei mir ist einer ich bin tot was hat er jetzt gemacht sniper da oben drauf der kommt jetzt rüber das sind zwei andere noch kommen hier wer soll es einfach nicht sein so ungefähr wo muss ja am anfang gut geschlagen bitte am anfang gut geschlagen hat ohne moon das ist Was ist das, was Angst ist? Gehst du wieder hin? Zum Schluss oder was? Ja, ja. Ich stehe noch mehr da. Ich stehe wie ein Gexter. Ich stehe noch mehr da. Was? Nee, ich hab ein Ohrwurm. Hast du das gespürt? Erster Treffer. Runde 1. Achtung, es gibt einen neuen Kill-Spitzenreiter. Und ich bin's nicht. Achtung, der Kill-Spitzenreiter wurde eliminiert. Gibt's hier nichts anständiges zum Schießen? Ich will kein anständiges Schießeisen, ne? So, ich hab eine Flatline jetzt. Was hast du? Flatline. Ich hab jetzt gerade was gefunden. Mhm. Ah, da geht doch. Was geht? Ah, ich hab nichts rumvergessen. Eine Brust gefunden. Ach so. So, wo müssen wir hin? Äh, Zone denk ich mal, ne? Ja. Hallo, Schlappi. Wat? Schlappi ist wieder da. Was ist das denn? Da oben? Ja. Ja, ja. Schlappen. Ja, der muss doch auch im Schlaufe eigentlich sein, oder nicht? Ja, eigentlich schon. Aber ich denke mal. Er legt sich wieder. Legt mal am Teppich. Ich hör' ihr welche. Okay. Jo. Wo denn? Hier bei mir. Ich ruimte grob tiles něk't. 184 Schaden. Ah, fliegt da. Er riegt. Baah, der lag aber jetzt auch. datex psosow. Rekketz mm. ich denke mal für mich ist das heute auch die letzte runde jetzt ja letzte runde und dann noch mal ja weil wir heute morgen früh waren um 11 uhr dann ist man halt auch mal müde zwölf stunden später ich bin der jumpmaster bereit Hm. Klingt ja gar keiner ab. So dahin? So, gucken wir mal. Ja, haufen wir mal. Äh, 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 äh. Uah. No. Da fliegen ja noch voll viele hin. Ja. Ach du heiliger Wimbam. Ich dreh ab nach links. Das wär vorne landen. Das sind ja bestimmt 20 Leute. Oh du Scheiß. Oh, Mosambik, Mosambik. Ich hab gar nichts. Wo bist du denn? Ich bin unterwegs zu dir. Du bist der Spitfire. Hier ist ein Evo Schild. Ich hab nur ne Mosambik, oder? Verdammte Scheißen. Mach mal mit hier lang. Was bist denn du? Ich bin draußen auf der Suche bei einer anständigen Waffe, wo ich was anrichten kann. Ja, unterwegs. Da ist einer. Ja, da hinten ist einer. Ich hab dem einfach mal meine Tastleiter hergeschmissen. Damit die Herzinfarkt bekommen. Neuer Killspitzleiter. Du bist der Nächste auf meiner Liste. Du bist der Nächste auf meiner Liste. Ich hör hier jemanden ganz nah. Ja. Keine Ahnung. Ja. Da unten drin. Die kommen welche raus? Welche Richtung? Zu mir, wo ich stehe. gerade wieder reingegangen hier steht eine Casting ist wo es da ja da ist nichts drin die sind da direkt drin das hast du gerade ausgelöst da ist er ich bin weg zwei Mann da kommt einer raus ich habe sie gerade beide getötet da kam ein Schuss von woanders ich habe beide noch bekommen wegen meinem Toten ja gut naja ja alles klar heute will er es nicht ne heute hat er keine Lust mehr na gut dann gehe ich jetzt auch mal raus ja alles klar dann würde ich mal sagen bis morgen ja bis morgen dann wiedersehen tschüss tschüss tschüss